Moin Moin, liebe Freunde vom AStrauen von MoinVolkspark. Wir sind schon heiß. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Letzter Spieltag der Saison, da geht es natürlich noch mal um richtig viel. Wir haben hier eben schon mal so ein bisschen die Pulsfrequenzen verglichen bei uns. Und wir sagen mal nicht, wer den höchsten Puls hat. Aber das werdet ihr vielleicht ja auf der nächsten 105 und oder vielleicht 120 Minuten, wie auch immer, werden. Wir werden das mit Sicherheit noch irgendwie sehen. Aber gut geholt. Nein! Yes! Yes! Oh mein Gott! Yes! Boah, ey! Ja! Wer bereitet zur Königsdörfer? Schön! Ja, geil! Gestern war es ein bisschen traurig. Wo holst du hin? Wo holst du hin? Wo holst du hin? Ganz knapp, leider. Es ist nicht geschafft, den Meistisch auch zu wohnen. Trotzdem, eine sehr schnellere Mal kurz Glückwunsch. Starke Saison. Ehele stark. Das muss man ehrlich sagen. Mit Reimers und seine Jungs haben, glaube ich, die Reimers noch auseinandergenommen. Mit dem jüngsten Kader. Ganz voll schnell. Gute Flanke. Die kommt gut! Jolo! Oh! Das muss ich noch machen! Das muss ich noch machen! Das muss ich noch machen! Da hast du auch Glück, dass es zu 1-0 steht. Riesenchance. So! Das Ding ist in der Luft, dann pfeift er ab. Wetten! Ah! Die Schiedsrichtergeste. So, noch 45 Minuten hier. Aber sie sind nicht dran hier dran! Das ist irgendwie zu wenig, Leute! Gar nicht so schlecht. Oh ja! Jaaa! Jaaa! Der Ball springt vom Innenpfosten raus. Also, Regensburg! Jaaa! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das Tor ist gefeiert. Der Tor ist gefeiert. Der Tor ist gefeiert. Der Tor ist gefeiert. Der Tor ist gefeiert. Das kann passieren! Das kann passieren! Wir sind schon, jetzt. Wenn du erlst, habe ich 2-0. Come on! Yes! Uh-oh wieder! Ja! Jürgen, Uh-oh wieder! 2. Zeit lang. Schau dir, bleib ruhig! Du hast, oh oh Gott! Ich hoffe, du hast hinten noch ein bisschen Ersatz-Eisteten! Wir brauchen irgendein Tor noch! Boah! Arschneidest! Macht das 2-0-Dings! Macht den Deckel drauf! So! Fokus hier auf der Spie need! Ja, komm! Achst du das irgendwie auch nicht so die Spiele? So, komm, jetzt in eine Viertelstunde nochmal Gas geben, das kann ich zu viel verletzen. Am Schluss muss er... Hust, hust. Hust. Eventuell sind wir in 5 Minuten erstleggen. Einfach auf! Das ist nicht! Wir haben vor Angst! So, was sagt man? Ich hab gesagt eventuell. Nein, auch nicht. Einfach hust! Boah, das ist nicht auszuhalten. Die 90. Minute läuft, gleich wird die Nachgels einfach angegeben. Vier! Oh, das ist gut! Oh nein! Das sind alle schon zu weit. Ihr seid zu weit. Nein, nein, nein! Ich sag euch, wenn wir das gewinnen, dann reicht das. Die machen keine 2-Rohen. Ja. Und ich gehe den K.O. Das ist noch 3-Rohen. Ja! Hartz-Rohen gewinnen! Nein! Es wird noch gecheckt. Ja, warte, wir haben ihn gar nicht getroffen. Ja. Also, das ist ja vorn. Und das heißt, wenn der jetzt kein Elber ist, dann... Also, wenn der jetzt kein Elber ist, dann... Es ist nicht auszuhalten. Und es sind noch locker 10 Minuten, diese Spiele. Ich schaff dir nicht, was ich denke. Leute! Ich muss stehen! Ich kann nicht mehr sitzen! Es geht nicht! Dann... Nur der alte Mann hier! Ne? Das ist noch locker. Ja, das ist verdammt lang. Das ist noch über... Über 6 Minuten. Über 7 Minuten. 30 Minuten. Was ist das denn? Tja... Der HSV hat sein Spiel in Sandhausen gewonnen. Es geht um diese letzten 5 Minuten plus eventuell noch was in Regensburg. So, und wenn jetzt Regensburg das schon macht, dann sind wir aufgestiegen. Ja, das auf jeden Fall. Schießt uns Regensburg zum Aufspielen, das wäre natürlich die Story. Das ist noch zu lang. Das ist noch zu lang. Das sind noch 4 Minuten. Jungs. Hierüber. Nein! Er verliert den Wald. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Nein. Ich ahne was. Ich ahne was. Ja, Highline macht in der 99th Übung das 3 zu 1. Ja. Glück kommt schon rein rein. Leider. Muss man... Leider dran. War jetzt natürlich extrem knapp war heute. Also eher war mir doch immer der erste. Ich würde sagen, wir scheißen hier auch mal ab. Wir haben jetzt noch ein bisschen was... Einfach zu verdauen. Ein bisschen was zu verdauen hier. Genau wie hier mit Zigaretten. Heartbreak in Hamburg, mein Fieder. Trotz allem, wir sehen uns dann zur Relation wieder. Macht's gut. Bis dahin, Popo. Ciao, ciao. Macht's gut.